Hallo im deutschen Gesundheitsportal. Heute zum Prostata-Krebs schauen wir uns ein ganz anderes Thema an als den Prostata-Krebs direkt, nämlich das metabolische Syndrom. Das ist ein sperriger Begriff, der im Prinzip mehrere Dinge gleichzeitig umfasst, nämlich erhöhten Blutzucker, zu hohe Blutfettwerte, Übergewicht. Es sind also mehrere Faktoren, die ganz viele Leute bei sich durchaus kennen und die zusammen als metabolisches Syndrom zusammengefasst werden. Diese Faktoren zusammen erhöhen einfach die Risiken für verschiedene Erkrankungen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind so die bekanntesten, die damit dann zusammenhängen. Aber auch Prostata-Krebs kann, wenn solche Dinge alle zusammen vorliegen, deutlich aggressiver werden und der Krankheitsverlauf kann dadurch auch beeinflusst werden. Das heißt, wenn Sie auch unter Übergewicht, erhöhten Blutfetten und all diesen anderen Themen leiden, dann ist es wirklich auch an der Zeit, sich darum zu kümmern, also Gewichtsverlust. Vielleicht mit dem Arzt auch mal sprechen, dass Sie da einige an den Blutwerten verbessern können, denn damit können Sie möglicherweise auch Ihrer Prostata was Gutes tun und dem Krebs ein bisschen effektiver begegnen. Alles Gute!